Weiter geht's mit Zelda Majora's Mask. Ach, sie ist noch tot. Wir können schnell hier durch und uns hier weiter umsehen. Der Piratenbucht. Ah, ein bisschen erschrocken, wusste ich, was jetzt passiert. Okay, eine gefährliche Bienen-Wespen-Hornisse. Ich bin ja ein großer Freund der Fauna, aber Insekten sind so ziemlich ganz unten in meiner Beliebtheitsskala. Ich habe auf dich gewartet. Und, hast du die restlichen Eier gefunden? Nein, aber nur weil... Was willst du mir damit sagen? Wir werden zum Gespött der Leute, wenn bekannt wird, dass uns das eigene Beutegut gestohlen worden ist. Ja, aber, weil... Heißt die, weil, oder meinten die nur, äh, weil? Naja, egal. Dort, wo uns die Seeschlangen angegriffen haben, war das Wasser so eigenartig trüb. Schweig! Die richtig aus dem Boden gespuckt vor Schreien. Deshalb also können die Zorros keine Hilfe holen. Die Zorros müssten bereits verzweifelt auf der Suche nach den Eiern sein. Ja, die Zorros haben natürlich einfach keine Eier. Wenn wir uns nicht beeilen, werden sie das Rennen machen. Vier Eier haben wir hier. Danke für die Info. Rasch, finde die anderen drei Eier, bevor sie von den Seeschlangen gefressen werden. Zu viel! Ganz deprimiert schleicht sie von dannen. Warte! Aber eine echte Anführerin weiß natürlich, dass sie ihre Mitarbeiter nicht so gehen lassen kann. Mitarbeiter-Motivation ist das Zauberwort. Die Zorros sind der einzige Hinweis auf den Wirbelsturm, der über der Wucht hängt. Wenn es wahr ist, was der Maskierte sagt. Dann sind wir bald im Sitz des Schatzes, der im Tempel im Auge des Sturms ruht. Die haben echt mit dem Horror-Kit geredet, wa? Dann haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. Also bewegt euch und findet sie jetzt! Jawohl, ma'am. Superfäer. Ja, das ist, ihr habt einige hierarchische Strukturen ja eingebaut in diesem Spiel. Später kommt da auch nochmal sowas. Aber ich will ja jetzt nichts vorwegnehmen für die Leute, die vielleicht das Spiel noch nicht kennen. Falls es wirklich noch geben mag, kommt wahrscheinlich jetzt wieder öfter vor, weil das Spiel jetzt zu alt ist. Wenn dann neuere, jüngere Leute nachkommen, dann kennen sie das eventuell nicht. Den kann ich nur empfehlen, spielt das unbedingt das beste Spiel überhaupt. Und hieraus haben wir einen recht guten Überblick. Ich glaube, dass man durch diese Gitterstäbe problemlos einen Pfeil schießen könnte. Verrate mir doch gleich, was ich tun soll. Okay, ja, ich meine, es ist ja offensichtlich, was ich tun muss. Erstmal hat man die Biene reinfliegen sehen. Und jetzt soll ich noch einen Pfeil durchschießen können. Ist ja klar, was jetzt kommt. Das war nicht so schwer rauszufinden. Eins der leichteren Rätsel. Und scheinbar haben sie die Fliegenklatschen verlegt. Und deswegen müssen die fliehen. Die Gunst der Stunde, die wird ausgenutzt. Ausgenutzt. Ein Anker auf der Tür. Das sind echte Nautiker. Die leben mit dem Wind. Wie bei Windwege. Zu Windwege hätten die eigentlich auch gut gepasst. Aber da gab es ja nur diese Kinderpiraten. Aber es hat zu dem ganzen Thema eigentlich auch besser gepasst. Ähm, wo muss ich rein? Let me think about... Ja, bin ich denn... Wo ging's denn rein? Irgendwo in die Richtung. Da bin ich gerade rausgekommen, wa? Peinlich, peinlich. Ich meine da... Ich guck noch kurz rein, sorry. Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Aber wir haben's ja nicht... Nein, das ist richtig. Mein Gedächtnis. Die Dinger kann ich auch mit dem Gerohen kaputt hauen. Ich hätte auch zuerst hier reinkommen können, aber da wär ich nicht weit gekommen. Ich wär schon gleich ins Gefängnis geflogen. Kann ich in die Suppe hüpfen? Einen Schluck nehmen? Die sieht so lecker aus. Fließender Tod, so sieht das aus. Okay, nehmen wir mal ein bisschen das, was sich hier drinnen verbirgt. Ich glaube, das wird uns auf unserer weiteren Reise sehr nützlich sein. Oh ja, die beste Waffe überhaupt. Der Fanghaken. Ich nenne ihn trotzdem weiterhin Enterhaken, denn hier gibt's ja nichts... Keine weitere Reform. Und... Der ist schon ziemlich lang. Ich glaube, der kann zu dem Enterhaken aus Okina of Time locker aufnehmen. Vielleicht ist er sogar ein bisschen länger. Bei Windwecker gibt's ja noch einen Greifhaken, um unterirdische Schätze zu bergen. Unter Wasser. Okay. Kann ich mir einen Trank mitnehmen? Nein? Dann halt nicht. Warum eigentlich? Gibt doch keinen Sinn. Da ist bestimmt irgendwas Nützliches drin. Irgendwas Piraterisches. Na gut. Kann ich den von hier oben? Ach, vielleicht doch nicht. Muss ja nicht sein. Ähm... Brauche das hier und das hier. Denn da sind die Eier. Die sind immer in so ein Aquarien drin. Und werden auch gerne mal beschützt. Ich glaube sogar immer. Ich muss mich leider hier hinstellen als Zorrer, damit ich die Flasche benutzen kann. Und schon haben wir es eingesagt. Du hast ein Zorrei in der Flasche verstaut. Das sieht nicht sehr gesund aus. Du solltest es rasch von einer fachkundigen Person untersuchen lassen. Das ist die Person, die wir noch nicht besucht haben. Das ist der Typ in dem Anglerhaus. Fischhaus. Jedenfalls der bei der Ollenstadt Ruhr. Wir gehen erstmal jetzt ohne Zorrer weiter, damit es schneller geht. Ähm... Das war die Taste. Und... Jetzt fehlen nur noch 6 Eier. Aber in diesem... Dieser Festung nur noch 3. Aber trotzdem muss ich noch ein zweites Mal herkommen, weil ich nur 3 Flaschen habe. Jetzt muss ich halt überlegen... Oh oh, das war vielleicht ein bisschen wagemutig von mir. Einfach da runter zu springen. Ich habe nämlich keine Felsmaske an, die mich ja unsichtbar macht. Kann ich hier noch hoch? Glaube nicht. Dann gehen wir direkt hier hoch. Eigentlich muss ich nur einmal im... Kreis... ...durchgehen. Und so schwer ist es nicht, hier... ...die... ...Eier zu finden. Quasi in jeder Himmelsrichtung. Aha! Sie wartet auf mich. Ich brauche Pfeil und Bogen. Ich brauche jetzt so einen Pfeil, den man so im Bogen schießen kann, der nicht immer gerade fliegt. Ich glaube, wenn ich einen Pfeil und Bogen abschieße, dann fliegt der immer so einen Bogen. Nichts gerade. Scheiße. Hey du, halt! Mist, ich schmeiße mich jetzt da ganz raus, ne? Ne, nur dahin. Ein Glück, kann ich da direkt wieder rein? Oder ging's da raus? Bin grad nicht sicher. Da ging's zurück. So war das. Ist zum Glück nicht so weit. Ich sollte nur hier nicht nochmal erwischt werden. Dann schmeißen wir mich noch ein Stückchen weiter raus. Da sieht man, wie wichtig eigentlich Absprache ist. Wenn die sich mit den Wachen hier absprechen würden, würden sie mich gleich direkt komplett rauswerfen. Naja. Beschwer ich mich lieber mal nicht. Darüber. Lass mich überlegen. Da wieder. Da bin ich eben gewesen. Da ist ja auch am wenigsten bewacht. Ihr Wunder, ihr blinder Punkt, ihr Schulterblickpunkt. Wie hieß das noch? Jetzt hab ich's fast vergessen, oder was? Müsste ich das eigentlich wissen? Ähm, toter Winkel, genau so war das. Einfach mal geradeaus schießen. In die Nase. In die spitze Cleopatra-Nase. Ähm, ähm. Da gibt's nix. Wir gehen seitlich um. Das haben wir bei Ocarina of Time schon gelernt, dass man da so leicht um die Ecke gucken kann. Bei den verlorenen Wäldern mit den bösen Typen als Erwachsene. Oh, oh. Aber mit der Schmiegelklinge geht das ganz leicht. Halt! Das erfordert einiges an Mut, um in unsere Festung einzudringen. Was ich jetzt antin werde, wird mir ein Vergnügen sein. Ich hoffe auch für mich. Ähm, aber ich glaube ja nicht. Naja. Sie hat nicht viel drauf. Fragen wir erstmal Taya. Die Piratin hat dich gesehen. Ziele auf sie und warte den richtigen Moment ab. Du solltest diese Chance nicht mehr geben. Okay, dann warte ich eben. Wenn ich die Felsmaske auf hätte, hätte sie mich übrigens trotzdem gefunden. Die sieht dann immer. Okay. Sie ist doch gar nicht mal so schlecht in Verteidigung. Meist sind ja eher mehr auf Angriff programmiert. Au. Ich glaube, die kann nicht diesen Spezialkriff um sich ins Gefängnis zu schmeißen. wie die aus Ocarina of Time. Au. Wow. Mann. Uff. Glaub nicht, dass es schon vorbei ist. Und eine Tekunos. Haben sie immer dabei. Für den Notfall. Ja, die werden wir nochmal sehen. Oder waren es ihre Schwester? Ne, das war glaube ich dieselbe. Sie regeneriert sich schnell und dann kommt sie wieder. Ah, herrlich. This is what I need. So, dann wären wir wieder. Darf ich wieder schön umrüsten. Das wäre ja mal ein Traum, so ein Zelda-Spiel, wo man einfach alle... Ach, Mist, ich hätte... Ja gut, die haben mich daran erinnert, dass es so nicht geht. Kann ich das einfach mit einem Bumerang machen? Wenn man Raum... Knauschen muss den Kosen erwischen. Ha, geil. Das war ja gar nicht so schwer. Der Kose nimmt alle Kleinen mit in den Tod. Nehmen wir das noch. So ein Zelda-Spiel, wo alle Gegenstände, die man bekommt, einfach direkt auf irgendeine Taste hat. Aber da bräuchte man einen Controller, der wird glaube ich nicht so gut aussehen. Man würde sich die ganze Zeit nur verirren. Im Wirrwarr der Tasten. Aber der Grundgedanke an sich, der ist verständlich, würde ich mal sagen. Aber man kann es halt nicht verbessern. Bei der Wii gibt es ja, glaube ich, so eine Taste mehr. Umso schlimmer ist es, dass man bei Twilight Princess auf der Wii nicht die Kamera schwenken kann. Das vermisse ich da echt. Jetzt gehen wir hier weiter, oder? Ich war doch wieder so wagemutig. Brauche jetzt erst mal... Moment, so rum will ich das haben. Okay, ich mache mir hier lieber ein bisschen frei. Und das stört die anderen überhaupt nicht, dass ihre Kollegin gerade abgeschlossen wurde. Sie lässt sich lieber auch abschießen. Das erinnert so ein bisschen an die Arbeitsmoral, gewisse Arbeiter. Egal, was den anderen passiert. Nur auf dasselbe gucken. Noch eins höher. Wo ist denn dann das letzte? Hoffentlich finde ich das. Ich glaube, das ist auf derselben Ebene, wie wo ich gerade bin. Einmal gibt es nämlich hier die Möglichkeit reinzugehen und dann noch auf der gegenüberliegenden Seite auf derselben Plattform. Falsch gesagt. Hier geht es nämlich raus. Aber gut zu wissen... Naja, ich kann mich auch einfach teleportieren gleich. Dann laufe ich auch nicht. Manuell raus. Wir leben hier im... Was für ein Jahrhundert ist das eigentlich? Fantasiejahrhundert. Das wurde aber nie gesagt, glaube ich, oder? Wann das? Hilfe. Wie soll ich denn hier ziehen? Was? Seht ihr das? Schießt der auch? Ne, er schießt nicht. Er nimmt nur den... Was ist das denn? Wie geil. Aber wenn er auch noch schießen würde... Er schießt sogar. Ah, wie geil. Das kenne ich nicht. Ich habe wieder was Neues gesehen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte immer die scheiß Felsmaske auf. Das macht voll Fun. Warum gibt es das nie wieder? Ich glaube, das ist der einzige Raum überhaupt. Wo man so geil zielen kann. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Halt! Sie hat sich schnell umgezogen. Und gebadet. Es erfordert einiges an Mut in unsere Festung anzutreten. Was ich jetzt antue, werde ich mir ein Vergnügen sein. Mit ihrem grünen Lippenstift. Sagt Haya jetzt was anderes? Immer nur Pirate. Die haben keinen eigenen Namen. Macht der das gar nichts aus. Eine super Special Attack. Aber mit Zuhosen könnte ich auch nicht gescheit kämpfen. Da bin ich echt kein Freund von. Deswegen laufe ich lieber in Shorts rum. Und Hasenohren. Uff, glaub nicht, dass er schon vorbei ist. Ich blende mich auch nicht so. Schön. Hier noch irgendwas zu finden. Sieht nicht so aus. Guck mal in die Luft. Das sind so Details. Die sind mir sonst nie wirklich aufgefallen. Gerade wenn man nicht aufnimmt, rennt man einfach gerne mal durch. Aber gerade eben der Raum, wie geil ich zielen konnte. Allein dafür lohnt es es schon, da mal wieder zurück zu gehen. Die haben das nie wieder angewendet. Diese Schießphysik. Vielleicht finde ich es auch nur so toll, weil es neu ist. Und eigentlich ist es total scheiße. Den muss ich wieder... Ah, nicht so schnell mit den Hasenohren. Mit dem Entehaken. Da soll ich ihn einfach wieder ignorieren. Ich glaub, das ist das Beste. Zeig. Das letzte Ei, bevor ich hier erstmal raus muss. Und hier nun Terror. Das möchte ich doch nur sein Freund. Ich mag Moshars. Nicht wirklich. Ich glaub, ich hatte es noch nie gefangen. 100% Pokémon bedeutet für mich immer... Oder bedeutete für mich immer bei Rot, Silber und Gold lediglich die Arenen zu schaffen und die Top 4. Ich glaube, das wäre mir zu großer Zeitaufwand. Dann auch noch alle Pokémon einzusacken. Aber irgendwann mal vielleicht. Zumindest bei den ersten beiden Generationen danach. Die interessieren mich eher weniger. So, die müssen wir jetzt erstmal abgeben. Ja, ich hab mir das vorige Video auch nochmal angeguckt. Ich hab mich schon ein bisschen gewundert. Da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt. Offensichtlich. Ich hab nämlich da die Hymne der Zeit gespielt. Moment. Nicht wieder verwirren. Schädelküste. Ich hab die Hymne der Zeit gespielt, statt die Ballade des Kronos. Das lag aber auch irgendwie anscheinend an den Tasten, die da irgendwie nicht gleich reagiert haben. Dennoch ist es mir nicht aufgefallen. Aber man wird halt älter. Selbstlink. In Okina of Time war er als Kind noch jünger. Deswegen kann der Epona jetzt auch als Fohlen quasi reiten. Das konnte sie bei Okina of Time noch nicht. Maritimes Forschungslabor. Erforschung der Wasserqualität und maritimer Lebenswurmen in der Schädelbucht. Dann sprechen wir nochmal mit dem Besitzer vom Maritimen Forschungslabor. Das ist der oder die. Ich bin mir nie ganz sicher. Ich glaub das hier ist nicht der. Okina of Time dachte ich immer, als wäre nur sie. Jedenfalls sehen die ziemlich gleich aus. Spät dran sie sind. Herr Yoda. Was bloß machen diese Zorras? Hm? Was ist los Kleiner? Du hier bist um zu sehen die Zorrababys schlüpfen? Ich auch bin sehr aufgeregt. Aber noch nicht eingetroffen sind die Eier. Ein bis drei Tage es dauert, bis Zorras schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben könnten. Wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsamer Wetter sein muss. Hast du keine eigene Heizung da drin? Zorra Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zorras ganz genau das wissen. Trotzdem sie sehr spät sind. Obwohl etwas passiert ist in der Zorrahöhle, ich mich frage. Und was ich mich frage... Und was ich mich frage... Ziehpferdchen... Ne, irgendwas anderes. Äh, Tintendinger. Die sind irgendwie schon tot. Was ich mich frage... Können Zorras nicht ohne Menschen sich fortpflanzen ordentlich? So kommt es mir gerade vor. Hier kann man später noch ein Herz teilen. Da gab dann... Ging das um Fische. Ganz normale Fische, die ich da reinschütten musste. Ich glaube schon... Das war so. Soll ich mal versuchen? Ne, das Zorra Eier schmeiße ich da nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich da noch Ärger bekomme... Oder ob ich noch mal in der Zeit spiele... Wo es vor allem verbockt wurde. Ich riskiere das jetzt lieber nicht. In der Mitte muss man genau stehen. Sonst klappt das nicht. Tschüt, 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 tschüt. Einmal... Sehen wir in Zeitlupe. Wegen der Schwerkraft. Da sei hinunterfallen. Ein zweites Mal. Dann werde ich mal kurz noch das letzte Ei aus der Piratenfestung holen. Nochmal direkt hierher kommen. Und dann die letzten drei bei den Seeschlangen einsacken. Den Stopfen sieht man hier wirklich. Sieht so aus, wie wir einfach ein bisschen verstopfte Luft irgendwie freimachen. Gut, gut, gut. Nun denn. Ich mache einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Für die nächsten und für die letzten vier Eier. Und dann geht es voll ab. Die Fee kann ich leider ignorieren. Müssen tun. Weil ich die leeren Flaschen brauche. Also dann. Und dann. Ich mache es voll ab. Ich mache es voll ab. Daher. Vielen Dank.